. Denn jeder von den beiden will am Ende erster sein. Thomas und James, sie rasen, rasen Richtung Kai. Nummer eins will jeder sein, nicht vier, nicht drei, nicht zwei. Schnell und immer schneller, die Kesseln sind ganz heiß. Der Sieger dieses Vierteln ist, bekommt nen tollen Preis. Von den Wolken winken ihnen alle Kinder zu. Wie der Wind zu sausen, sie geschwind vorbei im Lu. Sie zischeln und sie kippen, doch was ist davon zu sehen? Das darf nicht sein, jetzt ist es rot, die Weide müssen stehen. Los, los, denn ich gewinn das Spiel. Ich ruh mich aus, denk gleich am Ziel. Kann jetzt nicht schätzt, muss weitergehen. Hurra, hurra, jetzt ist es grün. Thomas und James, sie rasen, rasen Richtung Kai. Nummer eins will jeder sein, nicht vier, nicht drei, nicht zwei. Schnell und immer schneller, die Kesseln sind ganz heiß. Der Sieger dieses Vierteln ist, bekommt nen tollen Preis. Thomas und James, sie rasen, rasen Richtung Kai. Nummer eins will jeder sein, nicht vier, nicht drei, nicht zwei. Schnell und immer schneller, die Kesseln sind ganz heiß. Der Sieger dieses Vierteln ist, bekommt nen tollen Preis. Der Sieger dieses Vierteln ist, bekommt nen tollen Preis. Wir kommen jetzt seit den nächsten Sachen. Meru, komm. Der Sieger dieses Vierteln ist,ότε. Der Sieger dieses Vierteln ist, bis nach oben an!